Hast du die Musik schon oder erzogen? Nein, noch nicht. Kein Teil. So Leute. Die Nummer 007. Wie geht's mit der Tür? Auf geht's. Wie geht's mit der Tür zu nabd... Die Sonne ist eine Briegerin. Die Nummer 007. Wie geht's mit der Tür? Das ist ein Bezug. Wie geht's mit dem Geräusch? Also gehen Sie damit an die Tür auf! Das ist das Leben. Wie geht's mit Delt. Die Nummer 10. Ich schreibe, ich schreibe, ich schreibe. Das ist spannend, wie du immer wieder improvisierst, du hast ja einige gekriegt, zahen, dann wusstest nicht mehr, wie es war, oder? Du hast einfach nur nach Gefühl gemacht, okay, jetzt hast du da reingegangen. Lorian improvisiert komplett, also nicht komplett, das Grundluststand, aber der hat wirklich auch neue Übergänge kreiert, mal zwischendrin. Ja, cool, geil Kühl, auf jeden Fall. Echt? Zwischendurch hattest du auch überlegt, was kam jetzt dran, oder? Hast du? Nein, ich hatte Zwischenparte, da dachte ich, die war vielleicht ein bisschen zu langsam. Genau, vom Timing her, da hast du nämlich die weglassen, die hast du weglassen, bis du dann gleich hochgegangen bist. Ja, trotzdem cool, hat dir passt. Wer möchte der Nächste sein? Es kann übrigens sein, dass ihr richtig Pech habt. Hier in der Grundstellung, hier sind neue Streifen drin und so, ne? Ja, das hat sich jetzt auch nochmal verändert, während des Posens. Also da ist jetzt nochmal wieder was passiert, ne? Und dem ist sowieso fies. Guck mal, das sieht auf der Kamera noch fieser aus. Krass, sag mal was dazu. Und ich so, äh, so denn bitte ich? Cool. Ja, sieht gut aus, sieht aus wie ein Bodybuilder. Für die suboptimalen Bedingungen, ich bin heilfroh, wenn wir das hinter uns bringen und eine gute Form auf die Bühne gezaubert kriegen, echt jetzt. Weil das war auch für mich mit die armseiligste Vorbereitung überhaupt, ne? Ja. Ja, guck mal. Mhm. Bist du bereit? Sag mal was, müssen wir umschalten? Ja, ja. though, wie kommt das? Ja, ja, ja. Das ist schon mal современных. Guck mal. Oh, schon sieht's aus. Okay. Bist vor 4 Wochen hier. Das ist ja auch nicht schön. Ja. Ja, das ist anders am lieben. Musik 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 Das war eigentlich normal, ne? Ja, ja, ja. Du musst natürlich in eine gewisse Routine reinkommen, damit du trotzdem aufgeregt sein kannst beim Wettkampf und du kürzt trotzdem wie einen Zauberst. Ja, aber geübt hast du wie ein Verrückter. Das wissen wir ja. Das ist wichtig, sonst hättest du es gar nicht hingekriegt. Machen wir noch mal das Spielchen. Und Action! Was? Siehst du? Jetzt noch ein ganzes Spielchen. Das hat doch gepasst. Aber den Schlecker macht immer noch nichts. Ja, den Fieger. Die Seitechen, naja, weißt du, der. Und das muss sitzen, das muss wirklich im Schlaf. Gut, fertig. Sind wir bereit? Na ja, weißt du doch. In Action. Was? In Action. In Action Untertitelung. BR 2018 Einmal zu schnell und am Ende wieder vertauscht. Ja, ja, ja. Aber zwischendurch hat man gedacht, dass du dich sicher gefühlt hast. Die Rest ist ja da schnell durchgezogen. Also ich finde an sich, das ist eine ganz tolle Kür. Man muss sich bloß richtig... Ich hacke halt manchmal. Muss man halt richtig posen. Ich würde es ganz gerne nochmal sehen, dass du ein bisschen mehr Sicherheit kriegst. Ich würde es ganz gerne sehen, dass du dich sicher bist. Das Problem ist natürlich, wir haben nur einmal Zeit. Wir können dir nur einmal Zeit. Aber ich bin nicht so ein bisschen wie sonst hier. Jetzt warst du sicherer drin auf jeden Fall. Ja, und nicht so ein bisschen. Ja, da ist schon warm ja drin. Ich bin nicht so ein bisschen. Spannende Musik Das war's. Das war's.